ja moin ich bin heute mal über tag raus gegangen und habe mal an einen ganz ungewöhnlichen gewässer hier auf der insel geangelt und zwar ist das eher ja ein graben kann man dazu sagen ein kleines gewässer bloß das hier eben auf der insel oder in der auf der führermarsch zur entwässerung dienst und ja als erstes habe ich denn den karpfen gefangen dann kam der große spiegler und jetzt zeige ich euch mal was da hätte ich nie mit gerechnet als erstes als erstes kommt dieser wunderschöne fisch ist das nicht eine schönheit und dann ist man mag das kaum zu glauben kam dieser super fisch zwei kreis hier im entwässerungskraben auf der insel für sicherlich sind die mal aus irgendeinem teich gekommen dass die besitzer deren überdrüssig war aber dass man sowas hier fängt ist wirklich eine superschöne überraschung ich freue mich riesig das ist glaube ich mal was besonderes und an einem tag gleich zwei so eine besonderen fische doch das sind die sogenannten sternstunden naja das wollte ich euch eben nur mal berichten bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020